Kapitel 40 Aus dem Alltag eines Changelings Um 7 Uhr morgens werde ich klingelnd von meinem Wecker geweckt. Schlaftrunken wälze ich mich aus dem Bett und stolpere dabei beinahe über Luna, die umgeben von leeren Wodkaflaschen am Fuße des Bettes liegt. Lass mich. Ich fühle mich nicht so gut. Ich murmel eine Entschuldigung oder etwas ähnliches und quäle mich wie im Halbschlaf die Leiter des Stockbettes hinauf. Doch da, wo Chrysalis für gewöhnlich schlafen sollte, liegen stattdessen drei mir völlig fremde Kerle. Heilige Scheiße. Plötzlich geht ein leises Raunen durch die drei, während sich Chrysalis in der Gestalt einer grünhaarigen jungen Frau unter den Burschen hervorzwängt. Was zum Teufel? Chrysalis! Mit müden Augen sieht sie mich an und gähend ausgiebig. Hm, was ist denn? Murmelt sie verschlafen. Ehe ich zu einer Antwort ansetzen kann, erklingt noch ein leises Murmeln und eine andere junge Frau steckt ihren Kopf verschlafen unter Chrysalis' Decke hervor. Mir klappt die Kinnlade herunter. Hey, guten Morgen, Emi. Kichert die Changeling-Königin und streichelt ihr dabei über die Wange. Hm? Wie spät ist es? Kurz nach sieben. Was? Oh Gott, ich muss los! Ruft Chrysalis Bettgefährtin und schlüpft rasch in ihre Jeans. Er sie ihren BH hastig in die Schultasche stopft und aus dem Zimmer hastet. Jungs, ihr solltet jetzt auch langsam gehen. Ich muss auch zum Unterricht. Gehnend und murmelnd stampfen die drei beschämt und verkatert aus ihrem Zimmer. Und vielen Dank für den schönen Abend. Macht euch nichts draus und das nächste Mal haltet ihr länger durch. Ruft sie ihnen hinterher. Großer Gott! Flüstere ich und starre traumatisierend in die Leere. Gewöhn dich dran. Murmelt Chrysalis und klopft mir auf die Schulter, ehe sie langsam in ihre schwarze Röhrenjeans schlüpft und sich das Blackfiles Brides Shirt überzieht. Das... Großer Gott, Chrissy! Was... Wie... Warum? Stottere ich völlig verstört. Chrysalis lacht nur und klopft mir noch einmal auf die Schulter, ehe sie in ihre Boots schlüpft. Ich bin ein Changeling. Schon vergessen? Zwinkernd stackst sie an mir vorbei und verschwindet durch die Tür. Ich bleibe mit offenem Mund im Zimmer stehen und greife dann hastig nach meiner Schultasche und sehe noch einmal zu Luna herüber. Nach kurzer Überlegung entscheide ich mich, sie einfach liegen zu lassen. Wenn sie verkatert ist, will ich sie wirklich nicht den ganzen Tag ertragen müssen. Die ersten vier Stunden sitzen wir, teils verkatert, teils lustlos, im Klassenraum und lauschen unserem Dozenten. Naja, ich lausche unserem Dozenten, während Chrysalis sich Mühe gibt, mit vier Leuten gleichzeitig zu flirten. Während sie gerade ihren Nebensitzer hypnotisiert, sodass er ihre Hausaufgaben macht. Nicht, dass sie dafür großartig Hypnose brauchen würde. Und während der bedauernswerte Trottel tatsächlich sämtliche Arbeitsblätter für sie nimmt, spaziert der Rest der Klasse aus dem Zimmer, um in aller Ruhe die Mittagspause genießen zu können. Sag mal, Chrysalis, frage ich sie, als wir uns in der Kantine gegenüber sitzen und uns lautlos unser Essen einverleiben. Was denn? Fragt sie grinsend, während sie mit einem Jungen am Tisch gegenüber lazive Blicke zuwirft und dabei einen unschuldigen Brokkoli zweckentfremdet. Wieso tust du das? Was denn? Wieso reißt du völlig wahllos alles auf, was dir unter die Augen kommt? Ganz einfach. Murmelt sie und begnadigt das unschuldige Kohlgemüse kurzzeitig. Ich ernähre mich von Liebe. Und dieser kalten, entseelten Gesellschaft ist Sex die einzige Art, Liebe zu zeigen. Das ist traurig, aber leider wahr. Gott, das ist ja furchtbar. Ist... ist das dein Ernst? Teufel, nein! Ich mache es, weil ich es verdammt noch einmal kann. Lacht Grisales und steht auf. Zortel. Murmelt sie kichernd und verpasst mir eine Kopfhuss, ehe sie sich zum Kerl am Tisch gegenüber begibt und ihn, ohne ein weiteres Wort zu sagen, am Kragen in die Mädchentoilette zieht. Und während ich ihr kopfschüttelnd nachsehe, wird mir klar, dass ich das nur so verwerflich finde, weil ich neidisch bin. Oder weil sie mich noch nicht dran gelassen hat. Eins von beiden. Zortel. Zortel. Zortel.